Ohm, oh Gottchen, na gut. So, ja, das war eine Yoga-Stellung. Gut, also herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Reigno. Ja, wir haben schon viele, viele Parts. Ja, der 50. war wieder mal, ja, für mich schon richtig cool, für euch hoffentlich auch. Und, ähm, jetzt mache ich den Feuergeist mal endlich. Aha, das dachte ich schon, ich muss den Feuergeist noch nicht machen, aber es ist erst einiges Wind ist. Müssen wir da auch noch kurz runter. So. Tja, kann ich den auch endlich machen. Ich wollte ihn schon viel früher machen natürlich, aber ich habe den aufgespart, damit der Dragoniel mir, ja, dass wir sie gleichzeitig machen können, aber er braucht noch extrem lange da, weil er es den Luftgeist hat. Oh. Do-do-do-do-do-do. Hm. Hm. Das ist sag. Hm. Das ist sag. Ja, sie kommt. Hm, er will schon. Das größte Problem ist, er fängt schon an. Das ist nicht gut. Nein, ich habe nicht zu weh. Ich meine, ich wollte nämlich den einsetzen. Jetzt. Ja. Ja! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ah, 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 ah Gott, oh Gott Oh Gott, ich war sowas von geschockt Ich dachte schon, ich könnte meine Axt nicht mehr rausnehmen Ich konnte gerade nichts mehr sagen Schon schlimm, wenn man so Bugs hat in Regen Naja Haben wir aber gut gemacht, ja Einfach nochmal kurz helfen, Miru Einfach nochmal besiegen Sublieb Ja, das ist ein Clan Wir machen alles für unsere Mitspieler Das ist wichtig Die Clanis werden unterstützt Miru muss auch unterstützt werden Dann nochmals machen Sie hat die Quest natürlich schon lange Aber, also eher Ach, immer das Ding Beschi, dass Beschi Weiber sind Ich habe auch ein weibliche Baschi gemacht, also Okay, ich habe schon immer weibliche Baschis gemacht Oh ja Oh ja Ah, jetzt müssen wir nochmal runter Oh Gott Also Ich werde heute noch ein Part machen Also es kommen zwei täglich jetzt, denke ich Oh ja Oh ja Oh ja Oh ja Oh ja Oh ja Ja Ja, das ist spassig Nein, wenn wir mal den Feueranhänger erst machen müssen Kann man natürlich noch nicht, was den Anhänger macht Ja doch schon, aber pfff Es bringt nichts Die droppen auch nichts Sie sicher Noch drei 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 mal drei Ich hoffe, die verstehen das Weil du Wenn du jetzt noch drei Charakter machst Ich mache ja sechs Und Ja Du musst ja die vier töten, also Ja Schon heftigst Aber ich werde ja alle boosten Ich werde Booster kaufen, also den kaufen Schriftrollen für Ja, eventuell schon Level 60 Ich werde den Barbaren natürlich zuerst auf Level 60 machen Und dann werde ich die Drei dann mit einer Ja, das ist zu teuer Ja, eventuell habe ich dann sowieso Geld Mal schauen Ja 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 Auch ein bisschen davon ab Wie ihr natürlich das Let's Play schaut Wenn ich jetzt merke, ja Die Let's Plays werden eigentlich gar nicht mehr geschaut Eventuell nur noch angeklickt Oder gar nicht mehr angeklickt Dann muss ich mich schon ein bisschen Gedanken machen Wieviel Geld ich noch ausgebe für Regnungen Oder Es wäre nämlich schon schön, wenn ich das Geld Von Youtube bekommen könnte Was ich da ausgebe Ah, ich muss hier gar nicht mehr bis innen Jetzt habe ich hier nichts gedacht Seht ihr, ich denke immer nur ans Reden Aber nicht ans Spiel Habe ich ein bisschen gebufft Habt ihr das gesehen? Ich habe gebufft Hm Was ist an der Mauer? Aha Und der will nicht mit Level 31 schon Ding machen 32 Er ist 32 geworden jetzt Cool Aber eventuell muss er die Quests machen Wo er nachher gesproken muss Ja, klar Das könnte sein Jo Momentan ist mein Training so hart Ich bekomme schon am Morgen Richtige Konzentrationsschwierigkeiten Ich sollte endlich mal meditieren lernen Also richtig Das ist auch klar Einfach mal jetzt Eine Meditation vor dem Let's Plays machen Und dann habe ich meine Konzentration So richtig Ouuuuh Ob S DT Ah Ja Tod Was hat der für ein Problem? Ah, der will angreifen Oh, ich bin nochmals am Meditieren Diesmal Der Baumstumpf Die Baumstumpf Die Baumstumpf Die Baumstumpf Meditation Nach der Strandyoga Wir schreiben nicht mehr Herzlichen Glück Nachher Nachher Das ist die böse Das 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 So Jetzt muss ich wahrscheinlich Nach Monsagnia Nein Es gibt noch ein böses Die ganze Zeit angeknutscht Ah nein Ja, man muss selber knutschen 100 Mal Das ist auch böse Weisst du Ich reg mich immer auf ins andere machen Aber mache es selber die ganze Zeit Ich will es endlich haben Habe es aber noch nicht Ich muss noch ein bisschen Ähm Bisschen nach Frauen Ausschau halten Und dann knutschen Ich mache es nur an Frauen Haha Ja, ja Wir haben heute wieder unsere Kätzchen Dressiert Nach Ähm Zu Hunden Weil meine alte Katze Ja, die ist jetzt Elf Jahre alt Bald Die ist schon ein Hund Also Typisch Hund Jetzt haben wir Weil meine Schwester es einfach will Sie halt jetzt auch noch ein bisschen Dressiert Haben Bällchen gespielt Haben einen Hundeball gekauft Und haben Weggeschossen Und die Kätzchen natürlich hinterher Und bald wollen sie alle auch laufen täglich Oh je Das Katzenauslauf brauchen ist ja klar Aber das können sie doch alleine machen Ich weiss nicht wieso Meine Schwester die ganze Zeit will Dass die Kätzchen Zu Hunde Hunde werden Hey Gott Aber schlau sind sie ja Extremst schlau Und Sollte es wirklich am liebsten aufnehmen Aber ich habe noch keine GoPro Nichts Ist viel zu teuer noch für mich Und ich brauche ja dringend andere Sachen oder Ja das ist das grösste Problem Man braucht Sachen Man braucht Geld Man braucht Money Nein Ja ich habe leider immer noch Fieber und Kopfschmerzen und Bäh Ich bin eigentlich immer krank So bin ich im Herbst immer krank So bin ich im Herbst immer krank Mit Speck Bisschen kochen ganz wenig Und Tja vielleicht noch bisschen Öl oder so Aber vor allem Schmeckt es richtig Nach Fleisch Eher als nach Gemüse Also es ist Es ist überhaupt nicht schlimm Also jeder könnte es essen Sogar Babys die Weinen Sobald sie irgendwas Gemüse merken Merken das nicht Einfach rot anmalen Und Kann man auch als Salat machen Ist richtig gut Und Ah Er macht schon Töse Das ist krass Dass man hier die Dings sieht Äh Die kaputte Siedlung Wieso ist sie ganz hier Wieso ist sie ganz hier? Wod ist das? Das ist krass Nein das ist die kaputte Siedlung? Ah ja es ist ja nicht so kaputt Aber schon ein bisschen komisch Und der Berg in der Mitte der ist zu tief Ja Da ist der Hafen Und bedingt Ähm Soll ich das am besten sagen? Ich will ja nicht das böse Wort sagen Ich sag nur so 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 jetzt müssen wir wieder zurück Ja Ach die Eken Ach die Eken Das ist ja immer so Auch im Fussball Ist Ein Klub Im Land Der beste Wird er extrem gehasst Von den anderen Fans Von den Ja zum Beispiel Zweiten Oder Derby Oder so Extrem gehasst Hier auch Ist alles das beste Werden sie gehasst Ist sie das beste Werden sie gehasst Ist Eken die beste Werden sie gehasst Es ist immer so Aber wenn sie mal ganz schlecht sind Werden sie immer supported Von den anderen Reichen Ich verstehe nicht Wieso machen das die Leute? Wenn ich doch der Stärkste bin Also stärker bin als andere Und die Zweitstärkste Zweitstärksten Reich bin Dann würde ich ja zum Schwächeren gehen Und davor tanzen Aber nicht ihnen helfen So geht das Das ist Weisst du Kollegschaft Das ist richtig Böse Böse Gehasst Das ist Böse sein Ehehhehheh Scho Scho Es ist echt gut, wenn man richtig gute Kollegen hat, wie jetzt hier im Clan. Also richtig gute Kollegen, die bei United haben ja nie irgendwas erklärt und so, hier findet man, also hier bekommt man immer wieder hilfreiche Tipps, das ist richtig toll, zum Beispiel, dass die Überladung immer viel schlimmer wird, also dass man immer viel langsamer wird, wusste ich eigentlich auch nicht, ich wusste einfach, dass es ein Limit gibt, aber nicht, dass wir langsamer werden. Darum bin ich so langsam gewesen, da einmal beim Livestream, als ich ja den Gegenstand Boost angehabt habe, dachte ich ja wirklich, ich komme nicht mehr vorwärts. Und der Baba kann ja viel tragen, also 32 ist jetzt aber auch nicht viel. Ich bin ja schon wieder voll, hey. Ich habe einfach zu viele Items. Ah, ein schwer zweihändiger Hammer, deshalb ja, der ist natürlich tonnenschwer, 13 Kilogramm, boah. Wie können Leute das tragen, 13 Kilogramm? Da können sie gar nicht schwingen, also ja, schon schwingen, aber mega langsam. So. Ja, jetzt müssen wir die 15 Opfer, ja, kleinen Geisteschlangen töten. Wenn ich die 15 Opfer hätte, ja, kleinen Geisteschlangen töten. Und. Jupp. Was ist das? Das war's. Also, ah, das noch ein Gestein. Das hole ich natürlich zuerst. Ich brauche doch die 500 Trinks. Oh, wieder einen. So habe ich schon wieder 60 Stück. Ich habe einen Fünfer und dann einer bekommen. Noch zwei Gesteine, wow. Ja, das freute mich. Der ganze Strand war voller Gesteine. Und ich hatte genau einen Gestein mit Magneten drin und das gleich fünfmal. Ja. So viel Glück kann man haben, so viel Pech aber auch. Tja. Ich wollte eigentlich davor noch essen, aber konnte es nicht, weil die wollten natürlich unbedingt mir den Feuergeist machen. Das wollte ich auch nehmen. Aber das ist schon schön, wenn wir so zumgleich machen können. Habe ich halt Hunger. Auf jeden Fall gehe ich nachher schnell essen. Oh, meinst du weg. Oh, meinst du weg. Obst, ich kann nicht glüßen. Ich kann nicht glüßen. Ich kann nicht glüßen. Oh. Also ja, an Freunden kann ich mich ja nicht auslässt, was ja auch gut so. Ein paar Steelf-Barbar oder so. Ein paar Freunde unterstützen könnte ich. Ja, das werde ich dann auch mit dem Jäger machen, wenn ich dann... Ich mache den Jäger wahrscheinlich zu einem Level 60er. Die Hund Franken würde ja gerne spenden. Ja, wie viel haben wir denn? Ja, 99 Schweizer Franken kostet das für mich. Ja, eventuell weniger, weil es nicht genau ist und ich werde sowieso aufladen mal ganz viel, wenn es wieder mal Rabatt gibt. Aber erst wenn ich dann auch Geld habe. Ich bekomme ja relativ gut Geld jetzt über, weil mein Konto an Paypal jetzt gekettet ist. Deshalb kann ich schon noch ein bisschen ausgeben. Ich tue es ja recht und gerne ausgeben, aber die Entwickler sollten dadurch auch das Spiel weiterentwickeln. Sonst werde ich böse. So langsam und nur ein einziges Future. Das ist zu wenig. Oder Feature, 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 Feature. Ich sagte sie mir fällig. Future heisst ja oft Zukunft. So. Los jetzt. Schenkt euch mal an mit dem Spawnen. Hopp. Kommt raus hier. Zuckels. Da ist wieder eine grosse. Komm mal nie vorwärts. Schön, dass die grün sind. Und ich weiss. Aber die droppen halt nix. Die droppen nix. Kommt jetzt. Hopp. Vorwärts. Es ist schön, dass wir jetzt noch Quests haben, damit wir schneller leveln. Und der AP-Booster dann noch nix. Ich hoffe, äh, der Booster läuft nicht aus, wenn wir dann level 48 sind. Ja okay, es wäre besser, wenn wir noch ein bisschen höher sind. Stimmt. Weil die Albums ja droppen ja eher hinten als vorne. Ich hatte wirklich Glück mit diesem Stab mit level 48, bei einem level 38 Gegner zu bekommen. Das war heftigst gewesen. Und das könnte auch ein gelber gewesen sein, dann sind es wahrscheinlich level 42 oder so. Aber auf jeden Fall, ähm, hat er besser gedroppt. Oh, da oben ist eine. Oh, wieso muss der da oben sein? Aber der tut sich wenigstens bewegen, nicht so wie die Golems. Beim Ding. Er hat alle da. Die sind ganz oben. Stecken sie fest. Und niemand hat mir geholfen, die runterzuschießen. Da war ich noch ganz alleine. Arm und alleine. Wie immer. Ich bin immer so alleine. Und der werde ihnen immer geholfen und ich werde in den Stech gelassen. Hehehehe. Ah, ich bin halt der Nein-Brödler manchmal. Als einer der... auch gleich alleine spielt. ...zu allen zeigt, was er spielt. Und ich... Bin ja einer... zum Beispiel nicht alles erhandelt, die Eibnissen und so, weil er auch eine Herausforderung will, und ja, es halt vor allem einfach manchmal mehr Spass macht, und man hat nicht so viel Stress, ja. Hm, komm jetzt vorwärts. Die Party ist sich schon lange, ich hab schon wieder vergessen, Hör zu schalten. Weil ich immer die Uhrzeit habe, draufdrücken trotz, denn es geht ja nicht, weil ich den Timer nicht anhabe bei der Tastatur, tja. Aber ich mach gern mit einer längeren Part, ich finde Rechnung sollte schon längere Parts haben, es werden zwar nicht so viel geschaut, wie zum Beispiel Path of Exile, aber eben, es ist halt relativ langweilig für die meisten, kann ich verstehen. Hatte ich ja beim Schützen auch so mega langweilig. Das war ja nichts für mich, der Krack ist einfach nichts für mich, weil ja, er zuerst stark werden muss, er braucht einfach die Items, der Barbar braucht nicht die Items, der kann alles Weiße haben. Der ist trotzdem noch genug stark für die Gäden. Der Schützer, der ist einfach zu schwach, also, wenn die Gegner bei ihm sind, bekommt er so viel Schaden, das ist einfach nervig. Weil er einfach so Sachen hat, die ich auch nicht skillen will, weil die nur so kurz sind, und irgendwie gar nicht helfen. Ausweichen hilft irgendwie fast gar nicht, also, die Gegner treffen trotzdem immer wieder. Das ist schlimm. Irgendwie ist das so der, ähm, der Zufallsgenerator irgendwie kaputt, dass einfach die Gegner plötzlich dann immer wieder treffen. Oder die Gegner irgendwie einen, einen Schutz haben dagegen. Na ja, man sollte halt mit dem Schützen auch nicht so farben. Oder Gegenständen, Booster, Kaufen, die ganze Zeit. Hm, die wollen unbedingt die Quests sofort machen. Ich hab so keine Bock auf diese Quests. Auf diese Quests hier. Ich musste einen sogar löschen wegen dem Feuergast. Und sie dann nicht ahnen, bevor ich dann in die Vorhersung gehe. Ich hab irgendwie keine Lust, in die Vorhersung zu gehen. Ich hab einfach so vor allem nicht Lust auf die Vorhersung jetzt, weil so unfair Leute dort sind. Alle spielen unfair. Was sie genau wissen, so kommen sie weiter. Dafür haben sie ja ein unterirdisches, ähm, Partnergefühl. Haben ja nichts, was sie gut machen können. Ich hab das meistens halt Gamer, die so etwas noch nie gemacht haben, weil sie sich in diesem Spiel dann konfrontiert werden. Müssen natürlich dann alles machen. So, endlich, hey. Also, gehen wir noch kurz oben und dann ist der Part fertig, leider. Aber die nächste Part kommt ja immer wieder. Ich mache so viele Parts, wenn ihr wollt. Ja, da muss ich noch ein paar VFX aufnehmen. Und, ähm, Mantle Blit Warband, dass das auch bald mal hoffentlich fertig wird. Aber ich werde noch lange spielen, dass, äh, Ziv 6 kommt ja am 9. Und dann, dass danach noch spielen. Und irgendwann mache ich auch GTA 5, wenn das endlich mal geht. Ich wollte GFOS Experiments wieder installieren, damit ich, ähm, ja, dieses Aufnahmeprogramm, das wir ja wieder geändert haben, nicht mehr Shadowplay heisst. Ähm, ich weiss jetzt nicht, ja, wie es jetzt heisst, aber vor allem, ähm, ich glaube, Sheet oder so, äh, das, also, hat auch irgendwie eine Abwehr oder so eine Funktion gleichzeitig. Auf jeden Fall ist es eventuell halt nicht so gut wie Frebs, aber eventuell muss ich halt irgendwann mal für ein paar Aufnahmen Ding benutzen. Auf jeden Fall hat Frebs halt immer Probleme mit neuen Spielen, weil es nie optimiert wurde. Es war, glaube ich, 2013 haben es die Entwickler aufgegeben mit den Updates. Sind das arme Entwickler? Vielleicht waren sie bankrollt oder so, keine Ahnung. Ich kenne die Entwickler überhaupt nicht. Ich weiss nicht mal, wie sie heissen. Ich benutze Frebs auch erst, seitdem ich, ähm, Ding habe. Neun PC. Also ich hatte früher noch Frebs benutzt, aber ja, das grösste Problem ist halt einfach, du musst die ganze Zeit immer wieder dieses Passwort eingeben und so, wenn du wieder einen neuen PC hast. Das legt mich immer auf. Alles muss wieder angemeldet werden und so weiter. Wieso, wieso muss jedes Programm angemeldet werden? Außer bei Steam. Bei Steam ist ja nur ein Passwort nötig. Ich habe nämlich für jedes Teil habe ich ein anderes Passwort. Und das ist komplett immer anders. Also ich habe alles auf richtig, ähm, hoch Sicherheit. Weil ich mag es einfach nicht, dass plötzlich dann Leute meinen, sie können meine Kahn stehlen oder so. Oder hacken. Jo. Also Dankeschön für Schauen. Bis zum nächsten Part. Hey. Tschüss.